Bewertung braucht immer einen Wert als Grundlage und zum anderen einen Bewerter und einen zu Bewertenden. Ja, so ist das beim Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz. Allein das Wort den Bewertenden ist schon sehr kompliziert, aber ich denke, ich habe es gut bewältigt. Ja, Bewertung. Woher kommt Bewertung? Nun, grundlegend immer wieder aus dem Denken. Wenn man nicht denken würde, könnte man sich keine Grundlage bilden, womit man bewertet. Die Frage, was wird bewertet? Wird das Tun eines Menschen bewertet oder wird der Mensch selber bewertet bzw. auf- oder abgewertet? Wir brauchen einen Bewerter und einen zu Bewertenden. Ja, der Bewerter braucht erstmal jemanden, den er irgendwie einordnet, einstuft. Dazu muss der Bewerter natürlich wissen, wie ist die Grundlage der Bewertungen? Welche Schublade passt das rein? Hat vielleicht zwei Menschen, der eine rennt die 10 Kilometer in 30 Minuten, der andere in 25. Dann sagt der Mensch vielleicht, naja, der eine mit 25 Minuten ist schneller wie der mit 30 Minuten. Das ist ja keine Bewertung, das ist ja eine Tatsache. Also kriegt keinen besonderen Wert, es ist jetzt gut, nicht gut, richtig, falsch, sondern man sortiert es in gedankliche Grundlagen ein, ohne den Menschen dabei zu integrieren. Das ist einfach eine Leistungsfeststellung. So schnell ist der Garant, der andere war in einer kürzeren Zeit da, somit ist er schneller. Wenn man aber sagen würde, ja, du bist zu langsam. Punkt. Dann suggeriert es für viele, ich meine dich als Mensch und nicht deine Leistung. Das heißt dann oft so viel wie, du bist nicht gut genug, nicht schnell genug. So wird es oft verstanden und so wird es leider auch oft rübergebracht. Je nach Ausgangsbasis und das verletzt vielleicht manche Menschen. Ich war nicht schnell genug, nicht gut genug. Beziehungsweise der, der bewertet wird, betrachtet es ja vielleicht genauso. Er sagt, du warst nicht schnell genug. Oder der Michael war schneller wie der Jörg. Und der Jörg war noch schneller wie du. Oh. Was bedeutet es jetzt? Nun, wenn ich ein schlechtes Selbstwertgefühl habe oder gewisse Triggerpunkte, wo ich gelernt habe in der Kindheit, ich muss immer gut sein, Leistung bringen, dann werde ich gesehen, dann empfindet man das oft als schlecht. Ich war nicht schnell genug. Wenn man diese ganzen Wertgeschichte keine Bedeutung beimisst, dann heißt es, Michael war so schnell, Jörg war so schnell und ich war nicht so schnell wie die anderen. Punkt. Ohne Emotionen, ohne Bewertung. Aber so ist es zum Beispiel in der Schule ja nicht. Denn oft nutzt man das aus bei, sagen wir mal, Bundesjugendspielen. Ja, der war schneller, der hat dann in der Urkunde mehr Punkte. Ja, ich bin viel besser im Sport. Ja. Und dann lassen es manche natürlich raushängen. Ah, du kannst nicht schnell genug laufen und so. Ist leider so. Gerade auch in Schule, Kindergarten, du hast nicht diese Jeans an und schon bist du nicht in unserer Gruppe. Ist dann eine Abwertung. Und um diesem ganzen System zu entgehen, muss man einfach ein Scheißegal-Gefühl entwickeln. Ich bin, wie ich bin. So wie ich jetzt bin, so bin ich. Heißt nicht, ich muss nichts mehr tun. Ich kann mich so stehen lassen. Das heißt es. So schnell wie ich jetzt gelaufen bin, so war es gut. Ja, vielleicht waren andere schneller. Aber wen interessiert das? Kein Schwein. Nur denjenigen, der ein mangelndes Selbstwertgefühl hat. Und so ist oft das Problem nicht, dass andere einen bewerten, sondern dass man sich selber bewertet. Und meistens nicht aufwertet, sondern abwertet. Besser wäre es natürlich, wenn man sich einfach realistisch sieht. So und so ist es. Ja. Nicht überwertet bewertet, nicht unterbewertet, sondern einfach das Ganze anschaut und gar keine Wertung gibt. Das wäre das Ideal. Ich habe 4000 Flyer gedruckt. Oh, leider war ein Fehler drin. Ja, kann passieren. Macht man neue. Und vielleicht hört man dann, der kann nicht mehr richtig die Rechtschreibung. Der kann nicht mal in der Word-Datei die Fehler erkennen und so weiter. Oder der ist so doof, der lässt das nicht mal überarbeiten. Druck zu einfach. Jetzt hat er den Salat. Ja. Wenn man das bei jedem machen würde, dann würde mal bei jedem Menschen. Ob groß, ob klein, ob jung, ob alt, ob dick, ob dünn. Jeder macht irgendwas, was nicht oder was besser gemacht werden könnte. Ja. Aber die, die wirklich bewerten und damit andere abwerten, die haben nämlich selber ein Problem. Weil es ist leicht, andere zu bewerten, wenn man sagt, ah, ich habe jetzt eine Firma mit Computern und da, die läuft super und der andere, der kommt nicht mal auf den vollen Lohn. Er muss immer den Gürtel eng schnallen und ja, der macht das falsche Marketing. Der macht dies falsch und die Plakate sind falsch und das könnte, ach, hier, ich könnte ihm so viele Tipps geben. Ja, das ist eine Abwertung. Warum muss man andere Menschen bewerten? Wenn man Fakten nimmt, der eine ist schneller gelaufen, der andere langsamer. Der hat ein bunteres Plakat gemacht, der hat ein tristes Plakat gemacht. Ja, aber oft eben. Und das ist ja das Problem der Bewertung. Deswegen ist es ja eine Bewertung. Weil man den Menschen mit reinbezieht und somit dem Menschen einen Wert gibt. Und Kinder lernen das sofort in der Schule. Im Kindergarten lernen wir es auch. In der Schule ist es dann noch deutlicher, wenn es Noten gibt. Das ist für viele eine Bewertung. Der Lehrer bewertet. Aber nach was bewertet er? Nach einer Vorgabe. Denn der Lehrer ist auch in einem Schulsystem. Ein Schulsystem hat jemand, der das erfunden hat, entworfen hat, der das begutachtet und kontrolliert. Und diese ganzen Dinge, die da an Bewertungen aufgezählt werden, die sind alle aus dem Denken entstanden. Und somit aus dem Menschen, der das entworfen hat. Und jeder Mensch ist nicht neutral. Und gerade in der Schule, wo so viele Menschen mittlerweile wissen, was man in der Schule lernt, davon braucht man mindestens die Hälfte nicht im Leben. Wie viele Kinder brauchen irgendwann noch Integralrechnungen, Parabeln ausrechnen? Wer braucht das? Manche ja, aber die meisten nicht. Und trotzdem wird es in die Bewertung mit reingenommen. Du hast es nicht gekonnt. Du konntest keinen Quaderinhalt ausrechnen. So, hast nur eine 4. 4 ist ausreichend, glaube ich. Ja. Was heißt ausreichend? Und die Kinder identifizieren sich, wenn die Eltern da nicht gut dahinter stehen, mit dieser Note. Ich bin nur ausreichend. Ich bin nicht gut, heißt das. Wie definiert man, identifiziert man das? Nämlich mit sich selber oft. Wie man es halt auch zu Hause im Elternhaus lernt. Wenn es den Eltern scheißegal ist, was für Noten geschrieben werden, wird es dem Kind vielleicht auch scheißegal sein. Aber, da gibt es ja noch andere Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, die das vielleicht nicht so sehen. Weil sie gelernt haben, nur mit einer 2 oder 1 ist man gut. Und der, der nur eine 3 hat, ist nicht gut. Und so wird schon wieder das andere Bild vermittelt. Und so geht es oft immer weiter in dieser Leiter. Und man bekommt vom menschlichen Wesen in der Schule ein Bild von Zahlen, von Texten, von Informationen, die nichts, aber auch gar nichts, über das Wesen aussagen, über die Seelenqualität. Die Noten sagen nichts aus, wie der Mensch im wahren Leben ist. Und trotzdem wird der Mensch daran gemessen. Und so viel Wert beigemessen, dass dadurch leider die Menschlichkeit und somit das einzelne Wesen, die Bedeutung dessen verloren geht. Weil es heutzutage nur noch um Zahlen, Titel geht, Plakate, Medaillen. Und das ändert nichts. Je mehr Titel man hat, ist oft, desto weniger ist man im Leben, weil man nur noch lernt, für was auch immer, und nicht lebt. Und ich habe viele Schülerinnen und Schüler, die immer auf der Suche sind. Noch mehr Fortbildung, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich brauche noch dies, ich brauche noch das. Nun, da war ich vorher auch. Ich brauche noch diese Fortbildung, dieses Wissen. Und niemals war es genug. Und wenn man sich dadurch immer nicht bewertet, nicht gut bewertet, weil ich weiß ja das noch nicht. Man guckt gar nicht mehr, was man alles überhaupt weiß im Leben. Dass der Mensch laufen kann, gehen kann, schauen kann, riechen kann, schmecken kann. Das ist völlig unwichtig geworden. Weil es nur noch um Wissen geht, wie der Computer funktioniert, wie man die Löschtaste bedient, wie man mit 18 Fingern schreibt. Aber es geht nicht mehr um das Leben. Das Leben an sich hat keinen Wert, sondern nur noch so abstrakte Zahlen, die ebenso in dieses lineare Kastendenken reinpassen, Schubladendenken. Der eine Sportler ist unter 10 Sekunden gelaufen, die 100 Meter. Der ist super. Aber was bedeutet dieses super? Warum betont man nicht? Der ist super im 100 Meter Lauf. Vielleicht kann er mit seinen Kindern gar nicht gut umgehen. Vielleicht geht er mit anderen Menschen scheiße um. Das sagt es nicht aus. Und trotzdem ist der super, super, super Mensch. Jeder will so werden wie der oder wie Superman. Ja, aber warum? Weil wir uns an etwas orientieren, was nicht der Wirklichkeit entspricht. An Zahlen. An Wimbledon-Siegen, an Fußball-Weltmeisterschaften. Ja, was hat der 48. an der Fußball-WM? Kennt man den überhaupt noch? Nein, man interessiert sich oft nur für die Gewinner. Wer war Zweiter, 1900 sowieso? Wer weiß das noch? Zweite Plätze sind nichts mehr wert. Oft. Ja, man ist nicht Erster geworden. Man sagt nicht, hey super, ich bin Zweiter geworden, sondern ich bin nicht Erster geworden. Weil man eben so einen Wertverstand hat, wo es gar nicht mehr um das Sein geht, um die Leistung, sondern nur noch um das Ergebnis. Und das ist das ganze Dilemma bei der Bewertung. Man fragt nämlich nicht mehr, wie ist der Mensch? Oder in den Krisenzeiten, da waren alle die, die eine andere Meinung hatten, Idioten, die nicht der Mehrzahl der Prozentgläubigen angehörten, sondern die waren in der Minderheit und die waren Idioten, Deppen, Leugner, weil es weniger waren. Es ging gar nicht mehr darum, wer Recht hat, sondern es geht nur um die Masse, die war größer wie die kleine Masse. Und wo sind wir gelandet mit diesem Bewertungssystem? Viele Menschen können gar nicht mehr ohne Bewertung. Sobald man mit jemandem spricht über irgendwelche Dinge, was weiß ich, Wissenschaft, Mathematik, Kindererziehung, dann wird sofort schon dieser Bewertungsmodus eingeschaltet. Ich erziehe mein Kind so und so, und was kommt bei dem anderen an? Ah, der zieht so, ah, das ist nicht gut, ah, ich mache das so, ja, ich würde das gar nicht so machen wie der und ja, wir machen das viel besser und so und so. Oder auch umgedreht, ah, der zieht so, ah, Mensch, mache ich das falsch? Und dann bezieht man das oft alles auf sich, auf die Seele, auf die Psyche. Und so ist man nicht mehr frei, sondern abhängig von einem Wert, von einer Bewertung. Man kauft ein Buch bei Amazon, was guckt man sich an? Die Bewertungen. Man weiß gar nicht, wie viele Menschen das bewerten, wie die das Buch überhaupt gelesen haben, haben die da überhaupt was verstanden oder wollten die gar nicht, oder haben die Bilder nicht gepasst, oder was war da los, das weiß man oft gar nicht. Manche bewerten auch auf Videos, die interessiert den Inhalt ja gar nicht, aber die bewerten dann, was weiß ich, die Frisur, das Make-up oder irgendwas, die Schuhe, deswegen zeige ich hier keine Füße. Und es geht nur um irgendwelche Dinge, die manchmal mit dem, sag ich mal, Video oder mit dem Buch oder mit was auch immer gar nichts zu tun haben. Nur, dass man irgendjemanden in die Pfanne haut oder irgendwas Schlechtes macht. Und warum muss das sein? Nun, wenn man selber schlecht dasteht, versucht man sich nicht selber zu erhöhen, denn das kostet Anstrengung, das kostet Mühe, das kostet manchmal Schmerz, wenn man seine Fehler sieht. Stattdessen ist es einfacher, andere kleiner zu machen. Manche wollen auch einfach besser sein, dass sie andere bewerten können. Haha, ich bin jetzt besser wie du. Was bedeutet das? Man betont ja nicht, hey, jetzt kann ich endlich schneller laufen wie du. Aber du bist ein guter Mensch, ich mag dich, aber, ach, das war mein Ziel, jetzt schneller zu laufen wie du. Habe ich geschafft. Aber es hat nichts mit dem Menschen zu tun. So wird es aber leider auch nicht gemacht. Und diese ganze Bewertungsstruktur ist eben auf einem linearen Denken aufgebaut und nicht auf einem Fühlen. Fühl mal, wie gut ist der Mensch im Herzen? Wie viel ist der für andere Menschen da? Ja, guck mal, der ist immer da, immer wenn ich ihn brauche. Aber vielleicht hat er ein Helfer-Syndrom. Aber ich bewerte, der ist immer da. Und der, der nicht immer da ist, der wird gleich angesprochen. Hey, warum hilfst du nicht? Warum bist du nicht in Tempukdo, wo die und die nichts zu essen haben? Man schaut oft gar nicht mehr, was die anderes Gutes tun. Und so weiter und so fort. Nun, ich sage mal wieder Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao, ciao. Alles Gute, teilt gerne meine Videos, schaut euch mein Yoga Magazin Padmasan an und auf meinem Kanal findet ihr noch viele, 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 viele Videos mehr. Ciao, ciao.